Der E-Trailer ist uns eine sehr große Erleichterung in den City-Projekten. Das heißt, wir können die Anhänger sehr gut als Mikrodepot mitführen. Das heißt, es erspart uns eine jede Menge Zeit in der Auslieferung, da wir statt ein konventionelles Fahrrad das Doppelte bis das Dreifache an Ladungpaketen mitnehmen können. Man kann es in verschiedene Passagen einstellen, weiterfahren, in Ruhe dort arbeiten, auf dem Rückweg auch wieder Abholungen machen, damit den E-Trailer voll machen. Und ich denke, es ist ein sehr guter Weg für die Zukunft, da ich denke, sich diese Geschichte noch weiterentwickeln wird.